Zuallererst melden Sie sich in SwissCovary an. Wenn Sie Ihren Suchbegriff eingeben, können Sie wählen, wo genau Sie suchen möchten. Standardmäßig suchen Sie in Universität und PH Bern. Hier finden Sie alle Medien, gedruckt und elektronisch, die von der Universität und PH Bern angeboten werden. Wenn Sie die Suche auf alle anderen wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz ausweiten möchten, wählen Sie das Suchprofil SwissCovary. Nun erhalten Sie eine Liste mit Ihren Suchergebnissen. Wenn Sie einen Titel anklicken, sehen Sie in der Detailanzeige zwei Kacheln mit Bestelloptionen. Universität und PH Bern inklusive Berner Kurier und weitere Bestelloptionen. In der oberen Kachel, Universität und PH Bern, sehen Sie, in welchen Berner Bibliotheken Ihr Buch steht. Wenn die Teilbibliothek an den kostenlosen Berner Kurier angeschlossen ist, können Sie es zur Abholung in Ihre bevorzugte Abholbibliothek bestellen. Drücken Sie dafür Ausleihe und wählen Sie einen Abholort der UB oder PH Bern aus. Wenn kein Button Ausleihe erscheint, können Sie sich das Buch selbst aus dem Regal nehmen. Notieren Sie sich dafür bitte die Signatur. Für Mitarbeitende der Universität Bern sind in der oberen Kachel außerdem der Postversand von Büchern sowie der Scanservice von bis zu 50 Seiten kostenlos. Falls Ihr Buch nicht an der UB oder PH Bern vorhanden ist, nutzen Sie bitte den kostenpflichtigen schweizweiten Kurier in der unteren Kachel weitere Bestelloptionen. Die Kosten für die Lieferung werden Ihnen angezeigt. Für Mitarbeitende der Universität Bern fallen für den schweizweiten Kurier keine Kosten an. Der gewählte Abholort wird für weitere Bestellungen gespeichert. Außerdem können Sie die gewünschten Seiten kostenpflichtig scannen lassen. Achtung! Für Mitarbeitende der Universität Bern sind der Postversand und der Scanservice nur dann kostenlos, wenn Sie sie über die obere Bestellkachel anwählen. Wenn Sie Online-Ressourcen suchen, also zum Beispiel Artikel aus elektronischen Zeitschriften oder E-Books, wählen Sie ebenfalls den Suchraum Universität und PH Bern. So sehen Sie alle online verfügbaren Medien, die die Universitätsbibliothek Bern für Sie lizenziert hat. Wichtig! Falls Sie sich nicht im WLAN der Universität befinden, also zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten, müssen Sie zuerst eine VPN-Verbindung aktivieren. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und aktivieren Sie die Filter Online verfügbar oder Open Access. Sie erhalten eine Liste mit Suchergebnissen. Wenn der Hinweis Online verfügbar angezeigt wird, ist der gewünschte Titel entweder durch die Uni lizenziert oder Open Access, also für alle online frei zugänglich. Sie können das Dokument je nach Anbieter online lesen, herunterladen oder ausdrucken. In der Detailanzeige erhalten Sie die unterschiedlichen Zugänge. Falls Sie gezielt nach einer elektronisch verfügbaren Zeitschrift suchen, wählen Sie oben auf der Rechercheplattform den Tab E-Journals. Dort werden Sie zu Browsin weitergeleitet, einer nach Fachgebieten geordneten Datenbank von lizenzierten E-Journals. Wenn Sie Ihre Suche in einem fachspezifischen Suchinstrument fortsetzen möchten, wählen Sie oben auf der Rechercheplattform den Tab Datenbanken. Dort finden Sie nach Fachgebieten geordnete Datenbanken, die teilweise eine spezialisierte Suche und weitere Suchmodalitäten ermöglichen. Bei Fragen zur Ausleihe oder den Online-Ressourcen schlagen Sie in unseren FAQ nach, nutzen Sie den Chat oder wenden Sie sich an das Bibliothekspersonal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.